hallo leute ja wir waren hier letzte woche letzte woche ja doch mal vor 14 tagen war es ja schon sind wir hier unten gewesen und haben hier was gemacht in der zeit wo ich hier glaube weiter konstruiert ist sicher schon wieder was abgebaut worden das heißt wir müssen nach dem logo da schon wieder weitermachen mal schauen dass wir da vorankommen also wir können definitiv das hier und das hier weg graben müssen aber aufpassen dass wir hier noch eine leiter haben dass die da noch rüber kommen und hier oben ich glaube da sieht es genauso aus dass da auch noch eine leiter sein muss sonst können die das da oben nicht aufarbeiten und wir können mal hier gleich komplett ziegel setzen ok da gehen nicht ganz so viele wo so geht es nur den einen können wir gerade abbrechen und hier wie sieht es hier aus da kommen auf hause ist noch dran gelaufen lassen ich weiß nicht glaube den müssten wir noch weg haben damit der da gebaut werden nee der kann da so gebaut werden ok aber hier warte da können wir das gleiche machen wie bei dem anderen auch da geht nichts pflanzen im weg na ja auch pflanzen im weg da auch pflanzen im weg ok da müssen wir da uns im weg finden wie wir da hinkommen das bedeutet für mich schon mal dass es hier definitiv bis da eine leiter geben muss weil den müssen wir weg kloppen dann stopp den müssen wir da ausgaben so dann können wir hier schon weiter bauen gut dann können wir da auch schon wieder was zerlegen nämlich den und den und den können wir auch abbauen so dann drücken wir das weiter zusammen ellie hat hier luftnot aber die kommt da weg naja ok kommen die dann noch weg ja die kommen da noch weg oder ja die leiter wird auch gebaut gut wie sieht es hier jetzt weiter aus warte da muss ich dann muss ich den wieder zu machen blöderweise wo ich daneben erst ausgraben muss hier muss ich glaube erst hin damit ich den dann ausgaben kann gut das hat funktioniert so jetzt grabe ich den hier weg das müsste ja eigentlich klappen vielleicht brauche ich den gar nicht machen dann kümmerler auch abbrechen machen wenn ich nichts täuscht so der schon fertig der ist auch fertig das heißt der kann abgerissen werden der noch nicht ich glaube müssen den weg machen damit sie darüber kommen jetzt kommen sie ja nicht hin und können die nicht machen was ist hier gerade passiert der ist gemacht worden aber hier ja ich weiß schon ich sehe schon da ist ja auch eine wurzel dran das heißt ich muss den erst weg machen und muss den erst weg machen dann muss ich glaube den ausgraben damit diese stelle zugemacht werden kann gut wie viel haben wir hier 900 und da mal 47.000 mit dem essen ist nicht viel aber ist was na ok jetzt ist der abgebaut jetzt müssen sie den anderen alle bauen können warte mal hier fehlt oder geht kein stein wegen der pflanze und dann na super wie sieht es hier mit dingens aus da ist aber nichts gut das machen wir ab mit graben der kann gegraben werden der kann gegraben werden der auch dann muss ich den weg machen das heißt ich muss von da aus graben ich glaube so müsste es gehen ist da was mit dingens knapp daneben aber das sollte gehen so hier sind wir schon so weit nach warte mal wenn wir das da kommen wir nicht hin steht da muss doch eine leiter rein und dann geht das weiß ich nicht oder war gold am organ sogar so jetzt heißt es dann hier ne da muss ich erst graben damit ich das kaputt kriege gut weiter nach hier oben mal geguckt hier fehlt strom Prozent wo strom ist da aber wenig geliefert die pumpe ist schon weg das heißt wir können auch zurück bauen kann da auch geboren ich glaube schon ok das ist alles abgebaut ich glaube ich kann den hier oder weiß ich jetzt gar nicht was sagt denn hier unser overlay ok da ist noch sehr viel co2 drin den drücken auch gerade nach unten glaube ich oder auch nicht weil hier das ventil ja noch nicht geht strom hatten wir gerade schon gesagt ne aber hier ist 240 ok wenn da wasser kommt haben wir schon gemacht die tür ist ok die leitung auch alle aus dem passenden material gemacht weiß ich nicht wenn nicht haben wir ein problem ne ich weiß nicht ob Kupfer so hält aber warte das können wir doch hier sehen oder ja das sollte ja gehen Kupfer so die schwirren hier schon wunderbar wieder rum ich müsste eigentlich das mit dem Öl hier mal auch in Angriff kriegen ne so jetzt nochmal strom so ganz einfach erstmal lange arbeitet fehlen ressourcen wo fehlen die ressourcen ach hier beim essen aber das haben wir alles passend eigentlich eingestellt ok wird jetzt so matsch gemacht ne wird jetzt überhaupt was zu essen haben ja es ist jetzt nicht verkehrt hier haben wir noch holz was wollte man denn aus holz machen ne gute frage nächste frage hier ist die pumpe die kommt aber leider noch nicht da dran aber das rohr ist ja schon mal passend ne das wird mit der zeit werden was haben wir denn jetzt hier noch für möglichkeiten ja ja die farm ist nicht so toll hat er ist auch schon Mordrak geschrieben warte ne da muss ich zerlegen machen dann kann der da unten auch aufgebaut werden ne ich weiß gar nicht warum ich da aber das war hier glaube ein Hohlraum wo giftiges Gas drinnen war und den wollten wir abbauen ne ja ich glaube schon den müssen wir dann machen wenn der da weg ist ne ja wird werden weg zu vielen ressourcen ja gut äh wir sind wieder an allen vielen stellen am arbeiten ach guck dir das an da müssen wir auch was machen noch äh äh so sind das das Granit ich mach den Granit mal weg jetzt mal das kann ich zerlegen und das kann ich auch zerlegen dann kann ich den wieder bauen ne das müssen sie eigentlich von da aus auch schaffen ja schauen wir mal ne können wir das mal priorisieren hier ok jetzt sind wir hier kohlendioxid na super hier auch ne ja wer ist denn da jetzt ohne Anzug einer rein hier macht man so eine Schleuse oder nicht wo kommt man hier ohne Schleuse hin da war doch jetzt gerade einer reingelaufen der hat doch gar nichts an hier doch keine Maske an wie geht das denn ach weil hier offen ist wahrscheinlich zumachen oder keine Ahnung warum das da jetzt offen ist ok das läuft erstmal alles soweit hier wird geerntet das ist gut wie bleiben wir 50.000 ist ein bisschen mehr geworden hier haben wir 1,1 Tonnen das ist auch nicht jetzt ganz schlecht den können wir mal zerlegen wie viel hat der noch Webelzyklen habe ich die nicht richtig erwischt Wassergeise achso ich bin hier am falschen Ding ins Feld 17 Zyklen gucken was daraus wird ich weiß es noch nicht das hier ist alles safe erstmal das ist hier ein Gewusel ne könnten hier die Rutschstange auf jeden Fall weitermachen dann kommen sie schneller voran da müssen sie rum ja das ist so ja den hat Mordrak glaube ich um die Ecke gebracht da bin ich jetzt noch nicht so weit so das Ding ist tatsächlich zugebaut dann lass uns mal hier oben anfangen das jetzt abzubauen glaube ich oder ach da ist auch noch was was wir zusammen quetschen müssen das heißt wir müssen den zerlegen um den da abzubauen anders geht das glaube ich nicht ne ja so jetzt hat gerade unser Drucker eine Meldung für was ja ich glaube die können wir nehmen ja ich glaube die können wir nehmen das macht die Balsamniedel hier oh brauchen wir für Medizin Temperatur Temperatur 35 bis 85 Grad Luftdruck mindestens 150 Atmosphäre Chlorgas ok das haben wir natürlich nicht und das drücken wir zum Beispiel hier unten gerade zusammen ne oder wo das auch immer war ja jetzt haben wir das hier schon fertig das heißt hier geht es weiter ok die drei können wir zusammen äh kaputt machen das ist schon mal gut dann bedeutet das auch dass wir hier die Wand zerlegen können und das müssten wir hier weggraben können ne warte mal das machen wir nicht mach erstmal die weg den können wir auch graben und den können wir zerlegen ja und eigentlich müssten wir mal ein bisschen aufräumen hier oder ja vor allem wahrscheinlich in deren Schlafzimmern da ist aber gar nichts drunter so wie es aussieht ganz wenig nur dann sieht es aber gut bei denen aus und dann sind sie glücklicher oder da waren wir schon hier sind sie auch immer schön ach Essensblitz haben wir auch nicht genug ne das hatte Mordrak auch mal erwähnt ne wo hatte er nur das mit dem Essen hängen gemacht ist die Frage warte ist diese Wand jetzt hier mal zugemacht wo war das offen hier war das offen ne ja da ist schon wieder jemand mit Maske da auch ja gut dann haben wir das geschafft da war der Fehler zu suchen ne so hier geht es noch ganz weit hoch ne bis dahin hier haben wir noch ein Eisbüro ne ja ja hier Salzwasser warte mal dann machen wir mal hier ne graben aber bis da glaube oh da ist es kalt 40 Grad minus da 30 lass mal die letzten zwei abbrechen das ist auch schon das Kältebiom hier ja weiß ich nicht spannend hier ist Kohlendioxid drin tja gut ich glaube wir kommen immer so ein peu a peu weiter voran ist vielleicht gar nicht so schlecht was die hier basteln momentan wir müssen mit dem Strom noch gucken ne ist hier jetzt was passiert ja da ist keine Konfiguration verfügbar warum nicht was ist denn hier falsch Lüftung ok diese Verbindung fehlt wohl ne so da muss ich mal gucken wie das hier eingestellt wird das weiß ich nicht machen wir an der nächsten Folge oder vielleicht kriege ich auch einen Tipp von Mordrak oder so aber wahrscheinlich irgendwo muss ich doch das einstellen können oder Konfiguration ach das ist der Regler und ich brauche einen Sensor ne ah der ist doch hier ach der macht das ja 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 passt da muss ich mal gucken was für einen Luftdruck die hier brauchen die Jungs hier Schlicks da ist es Eigenschaften Temperatur Müsste jetzt hier nicht irgendwo der Druck stehen den die brauchen oder steht der nur hier hm der lässt Fleisch ich glaube die haben gar kein Druckproblem oder wie sehe ich das aber ist nicht schlimm irgendwo ist es gut ne nicht atembares Gas ist da auch noch ok da muss ich nochmal gucken da werden wir irgendwann was rausfinden ne wofür war der gebaut für das Öl oder was ich weiß es nicht mehr müssen wir schauen ok wie sieht es hier aus oh hier wurde schon sehr stark weitergearbeitet lass uns das schnell noch machen ich glaube das können wir jetzt so machen genau dann geht das alles zu kann da einer hin ich glaube da auf jeden Fall der kann noch weg ne graben ist falsch abbrechen ist richtig allerdings muss da einer glaube mit einer Leiter hin doch der könnte hier rüber ne geht so glaube und den hier kann keiner ausgraben warum nicht unerreichbarer grabensort warum hm komisch warum ist dieser Ort unerreichbar zum graben das ist doch von hier aus möglich oder sehe ich das falsch ich weiß es nicht machen wir es nochmal so oder ja und den können wir wegräumen damit der da gebaut werden kann vielleicht geht das von der Leiter dann da aus ok hier geht das glaube ich jetzt auch mit der Leiter ne mit dem Stein ja dann haben wir das schon mal das wird dann werden denke ich ja ja gut ok ich sag recht herzlichen Dank fürs zuschauen mit mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein Abo habt macht eins falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch und macht euch die Glocke an kriegt damit welches nächste Video hochladet gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann ciao ciao